So, die Keksgrümel sind weg. Heute ist schon der Zehnte. Ach da meine Bitte, von der Halbzeit. Einmal ein bisschen Kali. Einmal vier D-Heinwein, wenn es mit lässt. Da wird schon gewartet. Heute gibt es ein bisschen früher. Madame wartet schon mit dem Rüssel. Da wird geschmatzt. Es ist lecker. Ich denke, die Keksgrümel sind weg. und schon wieder, irgendwie lernt er nicht Madame holt sich alles immer in Ruhe und schon wieder, irgendwie lernt er Untertitelung des ZDF, 2020